Ah, so, ähm, was, äh, wie mach ich das jetzt? Ich hab Licht hier, aber es ist ziemlich dunkel und ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen, aber ich könnte eventuell fortschreiten, im Moment, wenn ich da rumgehe. Hepp, hepp. Aber ich verspreche, dass ich zumindest, ähm, war das ich? Nein, das war ich nicht. Ähm, ich verspreche, dass ich zumindest auf dem Weg ganz viele Torches lege. Dann hab ich auch, äh, gleich... What the... Okay, ähm, hepp! Aua. Not good. Oh, mein, mein, mein Hunger, ach du Scheiße. Fress. Fress. Okay, ähm, es tut mir leid, aber wenn ich hier einen Hund, äh, tame, dann wird er wahrscheinlich innerhalb von zwei Sekunden, äh, irgendwo runterfallen. Aber, na gut, ähm, okay, welchen der Hunde nehme ich? Ich werde das meinem Gewissen überlassen. Okay. Okay. Hi. Oh, nein, lass... Wow, ähm... Ähm... Das war vermutlich der längst... das längste Hundeleben aller Zeiten. Ähm... Weißt du was rund hier? Nimm's alle. Ich, äh, hab da keine Interessen mehr zu. Und ich hab dich gehört, du dämlicher Creeper! Boom! So. Ja, ich hab, äh, selber... Au! Uh! 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 Ich hab es selber vorausgesagt, dass ich, äh, nicht so gut mit unten umgehen kann. Und das hat sich gerade innerhalb von zwei Sekunden bewiesen. Und ich muss hier weg, sonst werde ich gerade geschlachtet. Und zwar... Übelst. Uh! Hoch hier! Hoch, 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 hoch! Aha! Und ich hab vergessen, Tortes zu legen. Uh! Uh! Du dämliche Spinne! Boah! Sieht aber lustig aus hier mit dem... Mit den verschiedenen Farben. Ähm... Hat er mich... Der Creeper hat mich tatsächlich gesehen. Und der hat mich runtergestummt. Mir gefällt das. Überhaupt. Nicht. Und ich hab gerade ein Spinnenauge bekommen. Oh! Verdammte Scheiße. Dringender Rat, Wolle. Anschaffen. Anschaffen. Ihr wisst, was ich meine. Ähm... Zum Glück bin ich ein wenig standhaft, dank... Dank meiner Rüstung. Can you please fucking die? So. Spinne, du musst sterben. Danke. Wolle gab's natürlich auch wieder keine. Ehrlich, meine... Meine Strings. Strings. Und ja, der Motion Blur-Effekt ist übrigens auch da, wenn ich renne. Nicht so stark, aber trotzdem ist er da. Also, wenn ich renne, verschwimmt alles, äh, rumherum. Wie ihr es uns schon so schön sehen könnt. Oh! Hab ich überhaupt... Oh! Das erinnert mich daran, dass ich, äh... mir vermutlich, äh, ein bisschen Holz schlagen sollte. Okay. Hier, mitten im Blumenbeet. Und... So. Mach ich mir gleich zwei. So. Oh! Moonripsody. Ähm... Ähm... Ich, äh, gehe lieber... Uah! Das war gefährlich. Ich hätte es vielleicht nicht tun sollen. Ähm... Spider-Eye. Raw Porkchop. Brauch ich. Arrows. Ähm... Gunpowder kann ich nicht gebrauchen. Sand brauch ich nicht. Ähm... Ich hab überhaupt keinen Bogen. Ah! Wie soll ich das alles in meinem Inventar stopfen hier? Das gibt's ja nicht. So, kommen die Strings ganz, äh... zur Geltung hier. So, ähm... Jo, funktioniert alles. Okay. Hab ich ja richtig gebaut hier. Oh! Der Mond geht bald unter. Was man übrigens auch schön am Schatten sehen kann. Why I have a fucking Cactus in my fucking Inventory? Thank you. Ha! Das ich noch freundlich bemerkt hab. Und Leather, aber... Naja, gut. Die schmeich auch weg. Ich hab ja Eisen dabei, mit der kann ich mich in Armour basteln. Und Diamond Leggings hab ich auch dabei. Iron Boots. Iron, dann mach ich das mal da hin. Chain Leggings hab ich noch. Boots. Chestplate. Da fehlen mir noch, äh... Da fehlen mir noch der Helmet. Aber den mach ich mir später. Wenn ich ihn mal brauche. Rotten Flash brauch ich auch nicht. Tschüss. Ah. Kein Wunder, ich keinen Platz mehr habe. Dann mach ich das. Scheiße. So. Ähm. Meine Geheimwaffe übrigens. Hörp, derp. Oh, 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 oh. Oh, das hört ihn im Dauf. Okay, das wollte ich gerade schauen, aber dann hat mich eine... Die haben mich die Schrittgeräusche und bin ich in Angst versetzt. Äh, jedenfalls, was ich machen wollte, ist... Hörp, 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 hörp. Come to Daddy. Ja, geh scheißen. Hi. Guck nicht so doof. Was hast du erwartet? Und das hab ich auch gemerkt, dass man übrigens jetzt die Toolboxen in 1.1 bzw. 1.0 schneller abbauen kann. Ach, was waren das für Zeiten, wo man die noch in 10 Sekunden abbauen musste? Hörp, hörp. Ah. MLG right there. Aua. So, Sonne. Oh, unsere Railbahn. Ho, ho. Die werde ich jetzt zwar nicht benutzen, aber ich weiß zumindest, dass hier in der Nähe irgendwo eine andere Destination sein muss. Ähm. Hörp. Are you fucking joking? Hier war ich schon. Hier, hier war ich schon. God damn it. Ah. Get away. Oh. Oh. Habt ihr das gesehen hier? Der ist gestorben durch seinen Fall. Ähm. Ha, ha, ha. Ach ja, ach ja. Uah. Oh, ho, ho. Diese Explosions-Sounds. Und diese, diese Animationen, die waren richtig, richtig schön. Ähm. So, passend zur Sonne mache ich übrigens, äh, das war ein bisschen gefährlich. Mache ich übrigens mal ein schönes Lied an, ähm, was haben wir denn hier alles? Nein, 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 nein. Das hier. So, ähm. Wir sind auf unserer Reise in Richtung der letzten Dungeons, um den Himmel, der uns so oft versprochen wurde, erneut zu erreichen. Was heißt hier erneut? Da war ich noch gar nicht. Wie gesagt, ich bin ein scheiß Poet und weiter geht's. Hühnchen! Okay, ist sicher. Hep, 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 hep. Ähm, hep. Hep. Uah. Uah. Hi. Häh, hä, 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 hä. Oh, nichts. Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Hab ich einen Kompass? Natürlich nicht. Hm. Und da hinten sehe ich schon wieder was. Da hab ich mich, da hab ich mich hingebaut, ey. Oh, Mann. Was bin ich eigentlich für Kreise gelaufen? Wer hat das? Scheiße. Meine Güte. So, mal prüfen, wie viel Platz ich noch habe. Ach, mehr als genug. Dann kann ich diesmal mich nicht besser durchziehen, ja. Muss ich wirklich, wirklich, wirklich auf diesen dämlichen Inseln laufen? Ich habe Angst, dass ich irgendwas abbaue und dann passiert irgendwas und das gefällt mir nicht. Und vor allem sind hier Löcher drin und das gefällt mir vor allem nicht. Ach, meine Güte. Du kannst auch weg, danke. Und du auch. Nein, das Risiko kriege ich nicht ein. Hi. Hohoho. Ah! Was ziehe ich eigentlich durch? Ich habe Höhenangst und ich ziehe sowas durch. Okay, ähm. Wie geht's jetzt weiter? The question is, what is the question? Naja, gut. Ähm. Auf alte Wege. Also ehrlich gesagt bin ich total verwirrt darüber, dass ich, äh, wieder auf meinen alten Weg gekommen bin, weil, ähm, naja, wenn ich jetzt, äh, den genauen Weg, äh, wieder zurückgehe, dann bin ich hier gestorben. War das, war das die Stelle, wo ich gestorben bin? Das, äh, motiviert mich nicht wirklich. Das, äh, motiviert mich überhaupt nicht. Kein bisschen. Oh, Animal Crossing. Wie gesagt, ich... The bloody fuck. Schon, schon wieder ein Haus von mir. Ah! Access, was macht das für ein Scheiß? Okay, ähm. Huch. Ich könnte eventuell gleich mal auf die Map schauen und, äh, das ist wie, das ist wie beim Autofahren auf den Weg achten, äh, beziehungsweise nach dem Weg fragen. Das mach, das mach ich einfach nicht. Hm. Ja. Danke. Dann zieh ich mal ganz verpflichtig dieses dämliche Rottenflash rein. Danke. I know I'm poisoned, but I don't care. Warum hab ich dämliche Saplings dabei? Danke. So. Und sobald mir das hier ausgeht, eb, so. Gehst du schon wieder? Nein, du gehst nicht unter. Ich hab ne gute Idee. Wir packen die Lava aus und ich surf auf der Lava nach unten. Okay, okay. Ach, Glück gehabt. Ach, was ich vergessen habe. Aber, ähm, es ist ja so in dieser Skyland-Map, dass ich die Spawn-Pointe umsetzen kann. Das heißt, wenn ich sterbe, dann spawne ich woanders. Aber was ja sowieso in den neuen Minecraft-Versionen, das heißt, die neuen, die, das gab es schon ne Weile, von wegen, dass man Bette setzen kann und so weiter. Das werd ich auch ausnutzen. Muss ja nicht unbedingt hier oldschool bleiben. Ich hoffe, ich hoffe, ich komme irgendwann mal an. Und noch ein Weg von mir. Why am I even surprised? Ich surf jetzt auf dieser Höhle beziehungsweise benutze sie, um oben drauf zu kommen. Ja, 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 ja. Lass mich durch, lass mich durch. Genau. Genau, hier wollte ich hin. Aber anscheinend gibt's hier nichts Interessantes. Deswegen weiter nach oben. Zack, 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 zack. Und Awakenness. Okay, das scheint mir ein leicht zu erinnern, das Teil von Land zu sein. Deswegen starten wir uns mal in kurzer Zeit die Map. Hm. Hm, ich glaub, ich hab... Moment mal. Ähm. Could this be... Ah, ich glaub, ich glaub, ich hab's. Ich glaub, ich hab's. Hm, es geht bald unter. Okay. Ähm. Da. Heißt es... Moment mal. Ich glaub, ich glaub, ähm... Ich hab gerade den Hauptgewinn gezogen. Wenn mich mein scharfer Leichtsinn nicht täuscht. Komm, ja, ja, genau. So. Zack, zack. Komm. Ja, ja. Ich muss hier runter. Zack, so. Hm. Ich nehm wieder zurück. Höhenangst, Höhenangst, Höhenangst. Ich weiß, ich bin nur noch nicht mehr. Geh. Oh. Ä ft. Oh. So. So. So.